Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit an der Strandpromenade Ende November 2023. Lasst euch einfach ein bisschen was Flair genießen. Wie ihr seht, sind die Leute immer noch im Wasser, aber nicht mehr so viele am Strand. Schon viel, 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 viel weniger geworden. Aber sie gehen noch rein. Das Wasser ist, ich würde sagen, ein bisschen kälter als handwarm. Man kann durchaus rein, kein Problem. Und wie sind die Leute immer noch im Wasser? Ich würde sagen, es ist, ich würde sagen, ein bisschen kälter als handwarm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020